Hm, na gut. Ja, 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 es ist eh mal das gleiche. Und los geht's. Dann schauen wir doch einfach mal, was Sanji so drauf hat. Besonderes Territorium. Es gibt Territorien, die so stark der gegnerischen Kontrolle unterliegen, dass sie nicht erobert werden können. Okay. Geschwindigkeitstyp, volle Kraftbursts, starker Sprungfurt. Na ja, also irgendwie sieht es bei Sanji jetzt nicht ganz so spektakulär aus, muss ich sagen. Zack, zack, zack. Als ob wir das nicht erobern könnten. Passte Gegnern, okay. So, bam, 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 bam. Muss ich jetzt in irgendeinem bestimmten Ort oder so? Ja, ich muss zu diesen... rot markierten Dinger da auf der Map. Upsi. Zack, 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 zack. Boom. Oh, guck doch nicht einfach nur zu. Upsi. 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 So, was haben wir hier? Weg mit euch. Mann. So, wo bin ich denn? Oh, ich bin ganz unten am Eck natürlich und muss ganz nach oben ins andere Eck. Upsi. ich werde zum Platz schaffen du hast mich jetzt blöd angeguckt da die 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 alle neune hier geht es ja los und und tschüss weg hier und tschüss was seid ihr denn eigentlich für Spackos? es geht mir verdammt noch mal aus dem weg so, bis dann, sie können gut aufräumen auch eure Schilder bringen nix und gern so erfolgreich ein Aufruhen in jedem Ort verursacht ja klar oh Crocodile ist aufgetaucht das ist das ist was das ist was ist was ist mh 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 war hat der br war red mh ód ich sie dann mal auf zu Crocodile würde ich sagen Sanji gegen Crocodiles wer nicht so wirklich spannender kampf hm wo bist du Simply Crocodile So Bam, bam Boah, Alter Boah, ich habe doch schon einiges Leben verloren Das sehe ich gerade so Warte, ich bin hier Zack Da lagte wir mal den Feuerkraft Burst Was? Chopper wird zum Lockvogel und Lockcrokodile weg Nicht Chopper, nein Nein, einfach platt Ich lasse dich nicht zu Chopper Falsche Richtung Nein Nein Du gehst nicht zu Chopper Damit das klar ist Das Ding, Alter Ich bin fast tot Oh shit, 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 oh shit Alter Schwede Oh shit, 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 oh Das war jetzt noch mehr eng. Oh, deswegen muss ich doch ein bisschen aufpassen. Oh shit! Alter, jetzt bin ich schon wieder fast druck... Nein, 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 nein. Oh shit! Gebt mir Leben! Komm schon, hat doch hier irgendwo Leben, oder? Ooojoojoojuhuhuuillige Bekta! Grunde Leben hast! Oh Mann! Leben! oh man ich brauche leben muss ich hier irgendwo leben geben da bin ich vielleicht da oh man leben, 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 warum gibt es denn nur ganz voll leben das ist so eine scheiße gehe kaputt oder fahr ins wasser leben ok, schon mal mit dem Anfang ja man leben, leben, leben ja man, uah okay, ich und Chopper wooo haha haha ja 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 Oh, der hat seinen scheiß Sender-Attacken hier. Oh, ich habe einen Power-Boost. Oi, 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 behinderte Fähigkeiten, die der da hat. Komm schon. Nein! Nein! Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Nicht schon wieder. Und wieder auf der Suche nach Leben. Leben? Leben? Oh, nein, das will ich nicht. Ah, Leben. Naja. Jetzt geben wir noch den Kraft-Boost, plus den Kraft-Boost, den ich eh schon habe. Da, 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 anhoffen, dass es ausreicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Keine Pause mehr. Topper, mach ihn kalt. Wenn er eine tiefe Töcke hat und dann, jetzt hat er es. Und jetzt müssen wir es beenden. Nein! Wow. Komm schon, haut drauf. Nein, wo springe ich denn hin? Alter. Er hat nichts mehr und ich muss wegrennen. Das ist so behindert. Oh, Mann. Leben? Leben? Irgendwo leben. Oh, da. Ja, Mann. Okay, ich mach dich platt. Nein, 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 nein... Ja. Ha, 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 ha. Bäh. Holy macero. Eieiei, das war jetzt aber echt kurz mal heftig. Dauer auf ihn ein, Schokobomb. Dauer auf ihn. Sanji hat sich Bibi angeschlossen. Okay. Macht mal Platz ein bisschen. Lalalalalalalalalalalalalala. Oh, Mr. V. Den dürften wir wohl hinkriegen. Oh ne, es hat auch schon wieder so'n Schild. Oh Mann. Was soll denn das grad? Es hat ein Chopper da geworfen. Oh Mann. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach ja, ach ja, ach ja. Trotzdem bleibt es kurz bei der kurzen Pause, also falls ihr irgendwie aufs Klo müsst oder so. Ich weiß nicht, was OBS bei mir manchmal für ein Problem hat. Manchmal deaktiviert sich einfach die Kamera, hat dann einfach nur noch ein Freeze-Build und dann geht es auf einmal von selber komplett aus. Musst du jetzt gerade wieder neu anstecken, ausstecken, ne, ausstecken, anstecken und dann hat es erst wieder funktioniert. Ganz komisch. So, dann machen wir aber jetzt mal weiter. Wir wollen ja wissen, wie es denn da alles ausstecken geht. Ja. Kamera scheint wieder da zu sein. Dann schieben wir wieder das Mikrofon ran. Und schauen weiter, wie es weitergeht. Wow. Jetzt nur nicht ganz runterfallen. So. So. Ach ja. Na. Wer ist denn? Wer ist denn? Ach, war mir. Oh, roh! Wer kommt, wie du? Oder? Hanf. Ich gehe. Ich bin nur einig. Ich werde mich daran sehen. Wenn ich mich nicht mehr so will, ich werde nicht mehr Leben geben. Das ist ein Lauf. Ich werde es nicht mehr so will. Ich werde es nicht mehr so will. Ich werde es nicht mehr so will. Smokko und Ruffy werden Freunde. Also wir werden heute auf jeden Fall noch den Alabaster Arc abschließen. Aber es dürfte ja eigentlich schon so ziemlich das Ende sein. Weil ich hätte gesagt, wir machen so jeden Tag machen wir einen Arc, den wir beenden.